Wenn was schief geht, ist es meistens, weil entweder Punkt A, jemand doch was festhält. Und wenn ich da was festhält, wird es eine ganz enge Schleife. Wie so ein enger Pullover, der nicht mehr passt, weil er eingegangen ist beim Waschen. Punkt 2, ich muss mich ein bisschen annähern. Es gibt manche, die bleiben im Abstand stehen und machen dann so den Diener. Und das ist aber keine schöne Figur. Den Damen taugt sich was eh. So, jetzt kurz mal herschauen.